Boah, Jungs, die werden ja nicht so gut sein. Ey, Typ, hup mal! Oh, scheiße, ne Frau, ey, die hat keine Ahnung von Technik. Ey, Lady, sie müssen hupen, dann werden die Ampel schneller grün. Stand im Los Santos Meteor, was da drin steht, ist immer die Wahrheit. Nur einmal nicht, da haben sie geschrieben, in Deutschland, das Land irgendwo in Europa, gäbe es einen weiblichen Präsidenten. Das kann ja überhaupt nicht sein, Frau, die Präsident ist, ey. Aber dann stimmen alle Geschichten im Meteor. Nur die einen da nicht, da war ich echt enttäuscht, aber einen Fehler kann jeder mal machen.